zum toti zur vorbereitung gibt es jetzt die upgrade packs 80 plus stürmer pack das heißt tausche ein team gegen ein stürmer mit 81 gesamt oder höher das mittelfeld und das kam samt verteidiger inklusive torhüter ist wiederholbar wir gucken uns einmal an was wir brauchen beim verteidiger brauchen wir mindestens silber spieler 5 gold spieler müssen nicht selten sein also eigentlich ganz ganz richtig gut richtig günstig mittelfeld brauchen wir vier gold spieler auch ein silberner spieler also auch gut möglich und beim verteidiger stürmer brauchen wir ja nur gold sechs spieler aus gold aber müssen alle nicht selten sein also nicht seltene werden jetzt richtig richtig teuer werden denke ich mal aber gut wir kriegen jetzt paar spieler los und können upgrade packs ballern wir freuen uns ich werde auf jeden fall ein paar machen wünsche euch viel spaß bis dann ciao ciao